Sie sind so kurz davor, aber klar, das hat auch Kraft gekostet, hier nochmal zurück in diese Partie zu kommen. 4-3 der Spielstand, das erlebt man auch nicht alle Tage. Da springt er über die Grätsche und jetzt ist er vorbei. Jetzt könnte es gefährlich werden. Klares Foul und er gibt den Freistoß. Und die Nächsten sind alle Karten. Und es gibt auch noch Freistoß aus dieser gefährlichen Position. Und wenn der sitzt, wäre es natürlich doppelt bitter. Aber Matt Vidal hauen halt rein, oder was ist denn das? Ach komm, du holst schon auf zum 4-3. Wenn du das 4-4 machen kannst, dann... Jetzt müssen sie das Ding hier über die Zeit bringen, es sind nur noch 5 Minuten. Was? Achst du denn, Mann Hummels! Schießt der Bein aus, bloß weil er verletzt ist. Und die Fans geben jetzt nochmal richtig Gas, es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Das macht er gut! Und Hütteler! Eigentor! Eigentor! Das ist Hüttler vor allem jetzt! Eigentor, bitch! Hahaha! Den hab ich so draufgegangen, dass der... Was für ein Pech in dieser Situation! Das muss ich speichern! Von dem Eigentor muss er sich jetzt...